Der Solarzeppelin besteht aus einer dünnen Plastikfolie. Befüllt man ihn mit Luft und setzt in der Sonne aus, so wird die Luft im Inneren des Zeppelins erwärmt. Durch das Erwärmen dehnt sich die Luft aus. Beobachtet man den Zeppelin genau, so kann man sogar sehen, wie sich die Luft darin ausdehnt. Wie macht sie das? Die Luft besteht aus vielen Molekülen, die sich ständig bewegen. Dies nennt man auch Braunschelmolekularbewegung. Erhitzt man die Luft, fangen die Teilchen an, sich immer schneller zu bewegen. Dafür brauchen sie mehr Platz, die Luft dehnt sich aus. Die Dichte der Luft im Inneren nimmt dadurch ab. Durch das größere Volumen wird der Auftrieb stärker. Der Zeppelin steigt auf, solange die Auftriebskraft größer als die Gewichtskraft des Zeppelins ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine möglichst dünne Folie zu verwenden, damit die Gewichtskraft möglichst klein ist. Der Solarzeppelin funktioniert rein mit Sonnenenergie. Wichtig ist, dass keine Wolken am Himmel sind, damit die Luft im Inneren nicht wieder abkühlt. Auch Wind kühlt den Zeppelin, sodass er nicht allzu hoch aufsteigen kann.